Hallo, mit dem heutigen Video möchte ich euch ein paar Heeltiebübungen zeigen, die ihr sonst wahrscheinlich nirgends finden werdet. Dabei geht es vor allem um folgendes. Die Heeltiebübungen sind so konzipiert, dass man immer mit der rechten und der linken Hand das Heeltieb-Movement ausführt. Das hat den großen Vorteil, dass man dann beide Hände immer gleichzeitig trainiert. Andererseits ist es gerade am Anfang eine größere Herausforderung, beide Hände zu trainieren, weil man ja meistens mit der linken Hand die Heeltieb-Movement-Bewegung besser kann als wir mit der rechten. Sozusagen als Zusatz und weitere Übung beim Üben habe ich die Übungen so aufgeschrieben, dass man sie auch auf drei Kongas üben kann. Alle Übungen lassen sich auch als Fills oder Rhythmen spielen und man kann sie auch so sehen. Ihr könnt auch auf meine Homepage gehen www.candomplay.at. Da findet ihr die Noten zum Download und natürlich anderes Notenmaterial und Lernvideos. Aber jetzt geht es los, also viel Spaß beim Spielen und Üben. Eins, zwei, drei, vier. 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 Musik 1, 2, 3, 4 Musik 1, 2, 3, 4 Musik 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Musik Musik 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ja, danke fürs Zuschauen, ich hoffe ihr habt Spaß und mehr Infos und Download auf meiner Homepage www.kandomble.at Tschüss 2, 4